So, hallo, ich begrüße euch zu einer weiteren Runde mit Minecraft sagen. Was ist denn mit mir falsch? Äh, Fortnite. Wie komme ich denn auf Minecraft im Kopf? Ich weiß es nicht. Ich habe ewig nichts mehr mit Minecraft zu tun gehabt. Wie komme ich denn jetzt? Okay, egal. Äh, Arena jedenfalls. Ich habe meinen Modus gefunden. Zumindest, wir werden auch wieder Gruppenkeile machen, glaube ich, aber vielleicht auch in dem Part. Aber erstmal ein Arena-Dings, weil die Gegner sind halt da etwas leichter, weil ja in der Division 1 praktisch nur die auf mich zukommen können, die noch nicht in Division 2 sind. Das heißt, die alle erst so ungefähr mein Niveau haben. Naja, nee. Also die sind trotzdem alle noch besser. Aber, äh, ja. Okay, wo starten wir? Wenn ich mir das so angucke, hätte ich eine Idee. Wo war denn dieses... Da drüben war das, ne? Abflug. Komme ich bis da hin? Ich will zu dem Telefon und dann da die Runde machen. Ich glaube, das ist ganz gut. Aber ich glaube, da komme ich nicht hin von hier aus, oder? Da müsste ich erst an dem Schiff vorbei. Ich glaube, das schafft man von hier aus gar nicht. Unbedingt. Ja, ich glaube, das schafft man von hier aus nicht. Das ist da hinten irgendwo. Nein, das ist viel zu weit. Okay. Da müsste der Bus anders fahren. Aber da ist was anderes Interessantes. Das nehme ich mir. Da sollte jetzt auch keiner hingekommen sein, oder? Wo ist der Eingang? Oh, da ist eine Truhe oben drauf. Auch noch. Auf und drauf ist eine Truhe. Genau. Auf, auf und drauf. Da ist... Okay, da ist auch eine Truhe. Oh, das war ein Sniper. Gluck, gluck, gluck. Gluck, gluck, gluck. Problem. Achso, ich sollte mir erst mal abbauen, ne? Hab zwar wieder in den letzten Parts nie was aufgebaut, aber hey. Schad ja nix. So. Wo ist die jetzt? Ich hole sie mir mal von außen. Ach, auf dem Toilettenhäuschen. Alles klar. Äh, machen wir es so rum. Okay. So, wo müssen wir denn hin? Oh. Das passt ja. Das ist ja schon mal ganz gut. Dann nehmen wir doch das Ding hier noch auseinander und dann haben wir... gleich schönes Metall zum Bauen. Gleich schönes Metall zum Bauen. Stein. Ah, ne, ist sogar auch Metall hier. Okay. Okay. Das macht auch gar nicht auffällig, das ist überhaupt nicht auffällig, dass hier das ganze Gebäude verschwunden ist. Nein, nein. Also ich glaube 234 ist genug. Jetzt ist die Frage, wo könnten wir uns noch ein bisschen umgucken. Wo wir vielleicht ungestört sind. Potenziell, aber ich weiß halt nicht, ob da nicht gerade einer oben ist. Schon. Hm. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich hoch. Dass sich da einer schon befindet. Zumindest so sehe ich nichts. Sollte ich jemanden erblicken, während ich hochfliege, kann ich ja auch relativ schnell wieder abhauen eigentlich. Abflug. Nein, die Truhe ist unberührt. Nein, die Truhe ist nicht unberührt. Oh oh. Dann war jemand oben. Die Frage ist, ist derjenige noch da? Was sieht Lichter nach aus? Ne, aber hier hat er auch alles ausgeräumt. Nicht alles. Munition wollte er nicht. Na gut. Wer braucht schon Munition, ne? Nicht jetzt die Frage, kann ich es mir leisten, von hier oben ein bisschen zu beobachten. Wah! Wollte ich nicht. Ich bin, ich bin abgerutscht. Ups. Das ist vielleicht nicht so gut. Das Problem ist auch, wenn mich jetzt hier einer überrascht, ich kann nicht so einfach runterspringen. Ich müsste durch den Luftstrom auf jeden Fall abhauen. Äh. Vielleicht. Vielleicht gehen wir einfach. 37 Spieler sind noch übrig. Es könnte halt auch von da hinten jemand kommen. Man weiß ja nicht, wo die alle so ausgestiegen sind. Es ist schon echt ne große Welt. Also spontan sehe ich keinen einzigen. Alles nicht so klug, was ich hier tue. Gehen wir runter? Gehen wir nicht runter? Ich weiß es nicht. Oh, oh. Wo? Oh, oh. Da scheint jemandem nicht bewusst zu sein, dass wir hier sind. Aber wo ist derjenige? Derjenige. Wo hat er jetzt gewütet? Äh. Ah. Ah. Hab ich nicht. Ach, verdammt. Hat er sich dahinter versteckt? Irgendwie hat er sich dahinter... Äh. Äh. Das ist natürlich ärgerlich. Gut. Äh. Wir sehen uns gleich wieder. So. Nach der Blamage von eben. Neuer Versuch. Ja, das war wieder... Hat er mich schon... Ich weiß nicht, ob ich den auf meine Fährte gebracht habe, dadurch, dass ich da hoch bin. Ob der gewusst hat, dass ich da bin und darauf spekuliert hat, dass ich hochkomme. Okay, jetzt kann ich eigentlich mein Ding hier nicht nutzen, weil hier steigen ja eh alle aus. Aber, diesmal könnte ich zum Telefon und die Route gehen. Außerdem ist hier das goldene Dings, da werden die aussteigen. Es ist nur ein goldenes diesmal, auch interessant. So, und jetzt kann ich ab und zum Telefon. Oder das war doch da unten irgendwo. Mach ich jetzt Quatsch? Wo ist es denn? Äh. War das nicht? Wait. Ich finde, wie falsch ausgestiegen kann das? Ach Gott. Ja, ich bin... Falsche Seite. Aber gut, ist egal. Jetzt sind wir hier. Das kenne ich noch gar nicht. Dann haben wir mal ein neues Gebiet. Wo wir noch nicht so oft waren. Was? Oh, das sind Statuen. Na, tolle Waffe. Oh, die kann man sogar einzeln auseinandernehmen. Was heißt, jetzt dürfte der Rest... Hä? Aber das Fundament ist weg. Warum geht das nicht kaputt? Zählt da noch irgendwas als Fundament? Oder geht es bei Steinen einfach nicht? Null. Wahrscheinlich geht es bei so Naturobjekten nicht. Okay, wo müssen wir hin? Es passt schon alles. Sehr gut. Okay, aber... Waffentechn... Ach, guck mal. Ach, guck mal. Toll. Mensch, die haben wir ja noch gar nicht. Tschüss. Den Quatsch brauche ich nicht. Okay. Naja, das ist jetzt halt nicht so... Nicht so das, was ich wollte. Ups. Tolle Waffe auf jeden Fall, aber... Hallo? Also einfach nicht zur Waffe. Hä, warum wechsel ich den gerade so langsam? Guck mal, wie lange der braucht, bis der wechselt. Also okay, jetzt ist besser. So ist okay. So ist okay. So ist... Ob hier jemand ist? Ich hoffe nicht. Dann würde ich mich hier mal umgucken. Ah. Gut. Ja gut, wenn wir eh noch Platz haben, können wir die auch mitnehmen. Voll die nutzlose Treppe. Man kann ja auch den Weg hochlaufen. Okay. Ähm. Da ist Nisch. Oh. Außer Munition. So. Gut. Warte, ich bin waffentechnisch noch überhaupt nicht zufrieden. Oh, das ist gut. Stimmt, chilltechnisch bin ich auch noch gar nicht zufrieden. Ist da wieder so'n komisches... Da ist die gleiche, ne? Oh mein Gott. Ist das mein Ernst? Oh! Wo? 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 Nein! Ach! Mann! Den hätte ich kriegen können. Den hätte ich echt kriegen können. Man merkt schon, die sind deutlich schlechter. Man merkt ja schon, den hätte ich echt kriegen können. Bis gleich. So, es hat gerade Jahre gedauert, bis sich der Schlachtenbus entschieden hat, loszufahren. Gut, dass das nicht in der Aufnahme war. Okay. Diesmal fahren wir wieder direkt über dieses Gebiet rüber. Weiß nicht, ob das dann so'ne tolle Idee ist. Ich mein, die steigen alle hier schon aus. Mal gucken, wie viele überbleiben. Oh, Mist. Zu viele. Ne, das will ich. Das gefällt mir überhaupt nicht. Oh, wo werden die denn jetzt alle hinfliegen? Zu viele in dem Gebiet. Ich hoffe, ich kann die ein bisschen abschütteln, indem ich hier rübergehe. Das, was ist das? Das Öl? Das ist Öl, ne? Von der Farbe her. Ist das so was Ölartiges? Oh, Mist. Das ist ja jetzt toll. Ja, cool. Cool. Tschüss. Uh. Den Kill geb ich dir nicht ohne Waffe, Freund. Nein. Nein. Ich muss nur aufpassen, dass ich hier nicht... ...kompletten Abflug mache. Ist der immer noch hinter mir her. Sensationell. Er. Okay. Ah. Aye. Okay. Ah. Oh. Okay. So. Ja, hättest du dich mal nicht mit mir angelegt. Lul. Lul. Das hat ja sensationell gut funktioniert. Oh mein Gott. Es ist ja wirklich, wow. Das ist mein Modus. Das sind Leute, die genauso schlecht spielen wie ich. Sehr gut. Wieso? Hä, das ist die gleiche Waffe. Wieso habe ich einmal 74, einmal 78 Munition? So. Wo ist die? Achso, wo muss ich eigentlich hin? Ah, wir passen. Sehr gut. Oh, nice. Aber das ist tatsächlich dann auch ganz gut, um zu üben, dieser Modus. Weil man da wirklich Gegner hat, die einen nicht sofort erledigen, weil sie einfach genauso schlecht zielen wie man selbst. Das ist wirklich gut. Wo ist das Ding denn? Da ist das Ding. Na. Ich check das mit der Munition hier nicht, aber es ist egal. So. Uh. Lieber Kugler, oder? Aber vom Kugler aus kann ich nicht schießen. Aber von dem aus ist es halt noch schwieriger zu schießen. Ne, ich weiß nicht. Von allem hier nicht so der Freund. Aber hier sind doch sowieso noch mehr Truhen. Wo ist denn die? Da oben irgendwie noch. Hier sind überall solche Skate-Dinger. Sick. Oh, nice. Habe ich das verfehlt? Und. Kann man ausbessern. Sehr gut. So mag ich das. Okay. Ich glaube Kugler ist mir lieber. Damit kann ich besser umgehen. Hier ist auch noch irgendwo eine. Haben wir schon. Oh. 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 Wo ist die jetzt? Ach shit. Hier ist einer. Irgendwo hier ist noch einer aufgetaucht. Stimmt, oder habe ich recht? Oder waren das meine Geräusche? Wie auch immer, ich bin im Kugler. Damit bin ich erstmal safe. Aber hier ist keiner. Okay. Dann wissen wir in einer halben Minute. Huch. Ah. Wir sind schon in den Top 25. Dann wissen wir in einer halben Minute. Wohin die Reise weiter geht. Habe ich mich jetzt in den Baum gehangen? Wollte ich doch. WTF. So. Okay. Perfekt. Also zu einem Teil im Vulkan. Nicht da rund. Oh. Ja gut, wenn wir schon hier sind. Ne? Ja. Okay. Oh, sweet. Aber vielleicht lieber statt dem. Ne. So rum. Ich höre doch schon wieder jemanden, oder? Ist das wieder Einbildung? Das ist Einbildung, ne? Ich glaube, das ist Einbildung. Einbildung ist ja auch eine Bildung. Äh. Okay. Uh. Uh. Kommt zu Papa. Okay. Sehr gut. Das Ding wäre im Gebiet, ne? Könnte man ja mal probieren. Oh, das war nicht ganz, wie ich das wollte. Oh Mist. Oh Mist. Das war nicht, wie ich das wollte. Okay. Okay. Oh. Oh. Äh. Huch. Jetzt hänge ich hier. Das hier hat es auch nicht. Ganz so gut. Also, das ist jetzt mal, aber Retalk, das ist ein cooler, cooler Ort, so zum Verstecken. Ne? So, da baumelt man hier eine Runde rum. Hat was. Ist jetzt noch jemand oben und haben die sich jetzt gegenseitig erledigt. Hier ist nix mehr, ne? Die haben sich gegenseitig, äh. Ach, nicht schon wieder. Es ist gerade wieder einer hoch. Wo ist der denn? Soll ich mich drauf einlassen? Ich würde mich gerne drauf einlassen. Komm, stopp. Ach, wieso bin ich denn so schlecht? Ach, Mist. Dass ich den nicht am Kopf getroffen habe. Naja. Schade. Aber, guter Modus. Den werden wir noch öfter spielen. An der Stelle danke fürs Zuschauen. Und tschüss.